Moin Moinichub und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yogi Matik. Und das quasi vor dem Wochenende, wo die deutsche Meisterschaft bei uns hier endlich stattfinden wird. Eines der größten, ja, National Events überhaupt, die wir so in der Gegend haben. Also das größte überhaupt bei uns in Europa. Und wo ja, natürlich so ein bisschen Relevanz natürlich auch auf dem Markt hat. Aber eher möchte ich hier so ein paar Dinge sprechen, die wir halt letzte Woche hatten. Oder die letzten Wochen so passiert sind, was sich so ein bisschen stabilisiert hat. Und ein Set, worüber wir nachher reden möchten, ob das jetzt wirklich eingeschlagen hat. Oder nicht, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute sich da auch noch nicht ganz sicher sind. So, wir steigen erst mal ein mit Wild Survivors, welches respektabel sich hält. Ich denke mal, damit kann man hochzufrieden sein mit dem aktuellen Pricing. Weil diese ganzen Sets seit Genesis Impact, diese Sets, die waren halt nie, also bis auf Toon Chaos. Aber Toon Chaos gehört auch nicht dazu zu der Set-Reihe. Das ist eine separate mit den Collectors Rares. Waren halt immer Sets gewesen, die halt meistens unter die 50 Euro gekracht sind direkt zum Release. Das ist bei den letzten Sets nicht mehr so der Fall. Und da werden wir auch so ein bisschen mal zurückgehen bis zu unserem Lieblingsfreund. Das ändert sich jetzt so eingefunden, weil sehr gutes Deck mit dabei, mit den Bezwingerseelen. Und anscheinend auch die Leute sehr viel Interesse haben an dem Hungry Burger Deck, wo ich jetzt ein bisschen überrascht bin. Aber hey, ich möchte da niemanden verurteilen. Wenn jemand Bock auf Essen hat, dann kann er gerne was zu essen haben. Und ja, ein sehr interessantes Set, was sich sehr gut hält und jetzt momentan halt auch relevant ist. In den letzten Wochen mit den Nationals, Bezwingerseelen, Vanquish Soul, ein Deck, was auch von einigen Spielern gut pilotiert worden ist und nach oben mit durchgespielt hat. Natürlich momentan in dem Format ist extrem viel spielbar. Sehr viele unterschiedliche Decks unterwegs, aber unter anderem halt auch das. Und das hält natürlich dieses Set weit oben, weil da viele Ultra-Rares in diesem Deck sind und an diesem Set. Und wenn man das Deck spielen will, muss man halt sehr viele Ultra-Rares haben. Und da lohnt es sich schon manchmal sogar eher einen Case zu kaufen als das Deck einzeln. Kann man sich mal überlegen. Sehr interessante Sache. Finde ich schön. Hilft den ganzen Händlern, dass das Set jetzt nicht einfach so abgeschmiert ist. Was ich noch eine Frage habe, ist, what is that? That. Das habe ich bei Card Market gesehen. Das sieht aus wie so eine Special Edition von Wild Survivors. Aber ich habe es noch nirgendwo gesehen, aber die gibt es ja in Deutsch. Es ist so ein Kiosk-Ding als Ersatz für die Legendary Duelists, die wir jetzt länger nicht mehr hatten, dass die Kiosks jetzt einfach von Wild Survivors eine Special Edition Box kriegen wie früher. Wir kommen an einen Stoff ran, weil das ist komplett an mir vorbeigahnt. Also ich konnte so ein Stuff halt nicht vorbestellen und es haben auch nicht viele Leute das auch wirklich zur Verfügung. Später so eine Kuriosität, wie die, ich weiß, was war das nochmal, Crossed Souls, oder war das Crossed Souls? Ich weiß nicht, irgendwelche Sets damals hatten so noch ganz spezielle Editions noch, nachdem Advance und diese ganzen Special Editions weg waren und so. Da hat Konami in den USA so viel komischen Kram gemacht, anscheinend haben wir das bei uns auch. Würde ich gerne mal wissen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was zum Henker ist das? So, als nächstes haben wir das Set, was vor Wild Survivors rausgekommen ist, Amazing Defenders, hält sich momentan auch wunderbar, irgendwo zwischen 55 bis 60 Euro. Was ein bisschen verwundert, denn Mikanko ist jetzt nicht so heftiger Einschlag momentan. Man sieht auch nicht so wirklich die Rescue Ace irgendwo auftauchen, aber wir haben ja gesehen gehabt, vor der Banlist, natürlich purely ein wichtiges Deck gewesen, durch die Banlist, starke Mitleidenschaft gezogen worden, aber wo ich halt immer noch sage, mit dem Support, der halt auch noch in Dualis Nexus kommen wird, wird das Deck wieder so ein bisschen einen Dampf wieder zurückbekommen, vielleicht gibt es auch wieder was auf der Banlist zurück, ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend ist es nicht, die Decks sind halt nicht so runtergemacht worden, dass Amazing Defenders runtergeht und das finde ich interessant und finde ich auch schön für alle Leute, die halt noch ein bisschen Amazing Defenders haben und loswerden wollen, ist das eine schwierige Sache und für Leute, die halt die Decks haben wollen, sind entsprechend halt noch genügend Mengen da. Ja, da sieht man halt, die Sets jetzt, wir werden halt immer weiter zurückgehen, halten sich immer noch ganz gut, weil eigentlich waren alle diese Sets unter 50 Euro zu Release, außer weil Survivors. Tactical Master ist auch ein Set, was ja, worüber wir schon öfters hier gesprochen haben, hat sich jetzt auch mittlerweile eingefangen, bevor er so ein bisschen hin und her gewabert, jetzt so bei 55 Euro rum, relativ gut stabilisiert und ist ein Set, welches jetzt momentan natürlich relevant ist mit den Runish-Karten, die man daraus haben möchte und natürlich die Labyrinth-Karten, wenn man Labyrinth spielen will, weil sehr viel Labyrinth ja auch momentan mit unterwegs ist im Meta und wenn man dann in die Karten rankommen möchte, dann ist es das momentan das einzige Set, welches diese Karten bereithält. Das ist halt der Vorgänger von Amazing Defenders und dann haben wir nochmal natürlich den Vorgänger von den Tactical Masters, dann der The Grand Creators, der jetzt ein bisschen auf die Schnauze bekommen hat. Und nachdem wir gemerkt haben, oh, in Monsters Revenge ist die Punk-Engine drin und die Engine der Adventure drin, okay, das einzige, was hier noch Grand Creators bleibt, ist noch die Exorcist da, so ein bisschen Premium-mäßig noch mit dabei. Aber das war's dann auch. Und soweit ich das richtig gelesen hatte, sollen die auch in der Mega 10 23 ja auch nochmal irgendwie reprintet werden. Ähm, das hat natürlich jetzt ein bisschen im Set ein bisschen was reingehauen, ist ein bisschen runtergegangen. Einige verkaufen jetzt schon oder schmeißen jetzt schon mal das Set raus, weil, äh, ist ja useless. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, für die aktuelle deutsche Meisterschaft ist es noch sehr relevant, denn die Karten, die in Monsters Revenge rauskommen, die kommen ja erst nächste Woche raus. Das heißt, für die deutsche Meisterschaft, wenn ihr spielen wollt, müsst ihr die Karten aus The Grand Creators haben. Ähm, aber danach, ähm, ja, wird das Set ein bisschen schwierige Zeiten, glaube ich, vor sich haben. Außer bestimmte Karten werden halt nicht reprintet, äh, von den Exorcistern oder so ein Exorcist, da wird irgendwie interesting, müssen wir mal gucken. Ähm, Exorcist ist momentan nicht ganz so ganz oben mit dabei, so ab und an sieht man es ja doch schon, aber... Äh, ja, das ist ein sehr gutes Set gewesen, wo halt drei gute Themendecks drin waren, ähm, und, äh, welches quasi eigentlich die größte Dichte an guten Themendecks hatte, aber trotzdem halt wieder in das gleiche Muster verfällt wie die anderen Sets, wieder unter 50 Euro. Aber, das tut ja keinem weh, denn wenn man sich den Vorgänger von The Grand Creators anguckt, ist dagegen jedes Set, was wir gerade eben durchgeguckt haben, wie, keine Ahnung, eine Oase in der Wüste. Ancient Guardians, ey, das ist halt immer noch absolut Toilet Paper, 30 Euro, keiner will es haben, oder 25 Euro. Also, das ist eins der günstigsten Sets neben Legendary Duelists 8, äh, Synchro Storm. Wenn ihr ein Display haben wollt für Blau hier, könnt ihr haben, vielleicht seht ihr auch noch ein Pegatops in Collectors Rare, wäre ja nicht mal so übel. Ähm, hat ja auch in der Woche, wurde ja neue Support angekündigt für 8 Highton unter anderem. Ähm, der natürlich auch wieder, darüber reden wir nochmal in den News, äh, an dem Wochenende. Der anscheinend dem Set nicht so einem großen Sprung helfen kann. Müssen wir mal schauen, äh, nobody cares about this Set, ähm, es gibt immer noch viel zu viele Mengen davon. Ah, dieses Set tut einem weh. Dann haben wir noch was, was ich seit, ich weiß nicht, schon seit anderthalb Jahren oder so beobachte, was ich halt nicht einfach nur lustig finde, ist das Structuredeck Cyberstrike. Muss ja schon anderthalb Jahre mittlerweile raus sein, glaube ich. Ähm, ja, hier ist er irgendwie gerade irgendwie richtig abgeschmiert, keine Ahnung, oder jemand, weiß ich nicht, einfach nur die Verpackung verkauft oder so, keine Ahnung, die Hüllen. Ähm, die, keine Ahnung, ja, das, die Mathe, keine Ahnung. Ähm, so, auf jeden Fall, äh, das läuft halt so zwischen 6-7 Euro, hat ja auch ein Reprint gehabt, deswegen sind hier First Editions mit Non-First Editions gemischt, so, ja, ist okay. Aber das Lustige ist, wenn man sich mal so anschaut, so ein Set geht so zwischen 6-7 Euro. Ähm, wenn man sich die Infinite and Permanent anguckt, die geht halt auch zwischen 6-6,50. Also, literally, der gesamte Set-Value muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Von diesem Set ist Non-Permanent, ist super rare. Alles andere ist absolut wertlos in diesem Set. Ähm, weil halt so Karten wie zum Beispiel Fusionsentsendungen, die interessant hätten sein können, aber ja auch nochmal Reprint bekommen hatten, äh, in der Megating, glaube ich, letztes Jahr, weswegen das Interesse daran an allen übrigen Karten, dadurch, dass sie halt auch nicht so viel Relevanz haben, gegen 0 tangiert. Und deswegen ist es so, okay, entweder reißt man das gesamte Set auf und verkauft halt die Infinite and Permanent für den gleichen Preis und behält dann eine Menge Bulk. Man macht dann was über den Bulk. Oder man spart sich den ganzen Aufwand. Äh, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist halt momentan so, wie es ist. Ähm, ist nur eine sehr interessante Feststellung, die ich halt so für mich gemacht habe, wie wir letzten Jahr, irgendwie das letzte Jahr quasi. Dann haben wir noch ein Set, worüber auch wir letztens gesprochen haben. Ähm, Ghost from the Past 2, äh, zieht weiter ordentlich an. Es geht jetzt nun langsam Richtung 85 Euro. Ähm, die letzten so um die 80 Euro Displays gehen nun langsam raus. Und, ähm, es steigt schnell. Das liegt daran halt, dass da halt sehr viel Zeug drin ist, der jetzt auf einmal relevant wird. Äh, sei es extra Deckmonster, sei es bestimmte Engine Pieces, sei es bestimmte, ähm, Deckarchetypes, die man halt quasi auch als Engine spielen kann. Zum Beispiel die Tennis. Ähm, da ist so viel mit dabei, was die Leute jetzt haben wollen. Und natürlich immer noch die einfacher zu ziehenden Ghosts da drin. Und, ähm, das ist ein Set, äh, oder wenn das so weitergeht, sind wir, glaube ich, bei 90 Euro in ein, zwei Wochen. Also, da ist richtig, richtig Pfeffer drin. Und die Leute haben halt auch richtig Bock. Ähm, natürlich ist momentan, glaube ich, noch ein paar Englische mit dabei, die das Ganze halt noch relativ günstig gestalten, weswegen halt der Preis hier so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Und deswegen, ähm, wird es ja noch ein bisschen dauern, bis der Grundpreis insgesamt im Standard halt noch hoher Gehör geht. Aber ansonsten, ähm, ja, das Set macht ein sehr schönes Comeback ein Jahr später. So, und dann kommen wir zu dem Set, ähm, wo ich heute mich fragen möchte, ist das gut oder ist es nicht so gut? Denn ich habe das Set aufgemacht. Und als ich es aufgemacht habe, dachte ich mir so, Da sind ja Punk-Engine, da ist die Adventure-Engine drin, da sind, ähm, die Chaos-Karten mit dabei, die man jetzt dann ausprobieren kann, da ist das Halt-Synchron mit dabei, da ist Zeus mit dabei. Das Set klingt eigentlich mega gut. Also so richtig nice. Und das Erste, was es getan hat, nachdem wir unsere Opening-Released haben, ist es mal abgeschmiert. Ich habe mir so, What? Why? Ich finde das Set eigentlich ziemlich gut. Ich merke aber auch, dass viele Leute sehr enttäuscht sind, weil normalerweise die, normalerweise, normalerweise die Animation Chronicle ja reprintet wird in Battles of Legend. Und dass dieses Jahr nicht so der Fall ist, weil ja momentan parallel Animation Chronicle ja auch erst in Japan rauskommt, das halt ja unter anderem den Support für, ähm, Earthbound Immortals enthält und halt zum Beispiel auch die Dark Worlds, also den Colorless. Ähm, wo die jetzt importiert werden, müssen wir mal schauen, vielleicht in einem Set, äh, gegen Ende des Jahres ein Reprint-Set, sowas ähnliches, wie wir Magnificent Maven letztes Jahr hatten oder die Jahre davor, in denen wir Maximum Goals, müssen wir mal gucken. Ähm, beim Colorless würde ich ganz groß darauf tippen, dass es wahrscheinlich in Duolist Nexus mit importiert wird. Einfach da, deswegen, weil dort auch, äh, Dark World Corridor mit drin sein wird und das einfach super mit reinpasst dann und dass dann bei uns dann TCG dann halt beides halt in einem Hauptset dann drin ist. Ich glaube, keinem ja vorstellen, dass dann da mit dabei ist. Vielleicht auch noch so als, äh, Spicy Quarter Century Secret Radon, äh, mit in dem Set, weil das ist halt dann eine schöne Sammlerkarte, die man haben möchte. Aber, kommen wir jetzt mal zu Battles of Legend und Monsters Revenge. Es hält sich immer noch gut. Das Ding ist halt eigentlich, alle Battles of Legend, außer Brothers of Legend, sind halt immer direkt so zum Release ganz cool gewesen und dann nach ein paar Wochen, Monaten hochgegangen. Einige sind extrem hochgegangen, einige nicht ganz so hoch, aber immer hochgegangen. Und hier müssen wir mal schauen, denn ich glaube, es ist so ein bisschen gedämpfter, gedämpfter Enthusiasmus dahin, denn, wie gesagt, wir haben jetzt deutsche Meisterschaft dieses Wochenende und Battles of Legend juckt gerade kein Schwein, denn man kann Battles of Legend nicht auf der DM benutzen und ganz Deutschland will auf der DM spielen, Gefühl. Das ändert sich aber ganz stark nächste Woche, wo auch der Release von dem Set ist, denn zwei Wochen später ist die Europameisterschaft. Und dann wird dieses Set halt sehr spicy. Erstens wegen den Reprints, weil man schön viele Engines, wie zum Beispiel die Punk, die Ampfeuer-Spielmarken-Engine, in sehr viel Stuff halt mal ausprobieren kann, weil es einfach günstiger jetzt ist, das ranzubekommen. Zum Beispiel die Chaos-Karten, die vielleicht mit Dragon Link oder mit anderen möglichen, ich glaube, die auch Cyber Dragon können jetzt glaube ich irgendwie nutzen. Ihr habt so viele Decks, die das ausprobieren können. Sword Synchron kann einen großen Unterschied machen, und der kann Sprite besser machen, der kann in allen möglichen Synchro-Decks halt auch Drangling und alles Mögliche mit reingeworfen werden. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich das Meter shiften kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das Set diese Woche noch langweilig ist und wenn wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, dass schon wieder alles ganz anders aussieht. Ich bin mal gespannt, das ist so ein bisschen meine Interpretation. Es ist momentan so, erholt sich wieder ein bisschen. Die Leute merken, dass doch das Set gar nicht mal so schlecht ist. Ist es ja auch nicht. Das ist halt sehr viel guter Stuff dabei. Aber ich kann mir vorstellen, einmal Relevanz DM momentan, haben alle Leute was anderes auf dem Dach hoch, und ein bisschen Enttäuschung, dass halt bestimmte Sachen nicht mit dabei sind, die wir eigentlich normalerweise immer so erwartet haben, weil Animation Chronicle eigentlich immer bei Battles of Legends auch mit dabei war. Was ich aber extrem lustig finde, ist, ich habe das Gefühl, manchmal haben die Leute einfach eine lange Leitung oder passen einfach nicht auf. Ich muss so schmunzeln, wenn ich mir göttliche Arsenal, Aarxias Himmelsdonner angucke. wie er literally 11.06. ist der Sonntag gewesen und Montag war unser Opening. Und die Karte ist abgeschmiert. Und ich dachte mir so, warte mal, seid ihr doof? Wir hatten schon das Gleiche im Februar. Denn wir wissen ja schon seit Februar, den 23. Februar, dass die Karte da drin sein wird. Das ist keine News. Das wissen wir schon seit vier Monaten, dass der in dem Set drin sein wird. Damals ist er auch um 5 Euro gefallen, von 30 auf 25. Und dann haben die Leute gemerkt, oh, die Karte kommt ja erst in vier Monaten raus. Wenn ich jetzt spielen will, brauche ich mein Toys. Und dann ist es wieder hochgegangen. Also da rede ich jetzt über die Megatin-Variante, dass das die günstigste war. Und dann ist es wieder auf die 30 Euro hochgegangen. Gefühlt wiederholt sich das nochmal. Ich frage mich halt, also die meisten hätten das doch wissen müssen. Die meisten wissen doch, dass der den Rebrand drin hat. Warum kommt jetzt erst das Runtergehen? Das hätte man ja auch schon vorher loswerden können. Ich verstehe manchmal die Leute nicht. Also, dass viele Leute das halt nicht mitbekommen. Wir haben es in den News durchgenommen. So viele Leute haben das schon durchgeschnackt. Also fast jeder weiß, dass das Ding halt ein Rebrand kriegt. Und auf einmal schmeißen die Leute das raus. Vor allem ich denke mir so, okay, jetzt schmeißen viele diesen Zeus raus. Und was spielt er auf der DM jetzt? Kein Zeus mehr? Einfach ein Deck ohne Zeus? Okay, kann man machen, aber wenn ihr jetzt einen Zeus braucht, dann braucht ihr den hier jetzt, weil der andere ist noch nicht spielbar für die DM. Ich bin sprachlos. Ich finde es halt interesting, dass das manchmal halt so kommt, dass die Leute sogar in zwei Wellen einfach nicht checken, dass der dabei ist. und zweimal dann zuerst runterkracht und dann einfach beim ersten Mal hochgeht und jetzt wahrscheinlich auch so alle jetzt merken, okay, eigentlich bräuchte ich die für die DM. Ist jetzt glaube ich jetzt nicht mehr so wichtig, weil die meisten haben ihre Zeuses, die sie die brauchen, die da mitspielen, wenn die sowieso nicht weggeben. Und nächste Woche kommt dann schon halt doch der Reprint und dann wird es auch interessant, um zu sehen, wie der sich dann im Verhältnis zur Phantom Rage Secret Rare verhalten wird. Ja, das war es dann hier von mir mit dieser Episode. Battles of Legend Monsters Revenge, was ist eure Meinung? Geiles Set, nicht so geil. Ich bin der Meinung, es ist ein geiles Set. Ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen mehr Respekt, glaube ich, sich zu zurückarbeiten. Ich bin sehr überrascht gewesen über die eigentlich anfängliche Reaktion dagegen. Hab nichtsdestotrotz trotzdem zwei meiner englischen Cases storniert, weil es mir einfach too much war, was ich von Battles of Legend Monsters Revenge bestellt hatte. Weil ich mir gesagt habe, die englischen werde ich momentan halt noch nicht so los, weil die einfach keine Nachfrage danach ist. Vielleicht wird es nächste Woche sich ändern, weil viele von den Pro-Playern jetzt sich merken, oh, wir brauchen wieder die englischen. Englische sind ja halt immer so für die Pro-Player so ein bisschen reserviert, dass sie halt Bock haben auf die englischen. Müssen wir mal gucken, aber diese zwei extra Cases habe ich nicht gebraucht. Wie gesagt, storniere ich das Geld anderweitig sinnvoller nutzen und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf die Bremse getreten. Aber ich glaube trotzdem, dass das Set ein gutes Set werden wird. Hoffe ich auf jeden Fall, sonst bleibe ich auf einer Menge wieder sitzen. Aber ja, mal schauen. Nächste Woche werden wir dann ein bisschen schlauer sein. Das war es dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Bis dahin. Bis dahin.